und die Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play FIFA 13 Ultimate Team mit dem Loben von iPhone Gaming LP wir spielen gegen ein Bad Squad wollte erst schon aufhören doch FC Zibovitz wollte ich spiele das ist gar kein so Bad Squad Squad denn er hat mal kommen FAMPASY over Hero und Milner EF aber Milner EF finde ich gar nicht so gut sollte der besser jemand anders reinpacken können übrigens mit einem neuen Team könnt ihr mal sehen wer hier drin ist schon mal hier erste Chance mit Kelvin oder mal so netten Hulk ist kein normaler Halt jetzt noch schwer zu als der normale Länders Halti EF haben wir nur so ein Philippe Melo Philippe Santana Philippe die machen hat hier schon und hier gibt es 5 Stars Killer im Team komm mal jetzt lauf was was das war doch niemals napp zu erzählen kacke das ist hulk 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 fett fett Junge wuuu wiii ok jetzt nochmal hier der Gegenkonter der mit einem Scoop Turn zur Seite der zu Robinho Robinho wollte eigentlich flanken doch ich habe aus Versehen noch auf die A-Taste gedrückt damit wurde es ein Scoop Turn Ronaldinho versucht sich den Ball wieder zu holen oder Robinho auch doch beide scheitern jetzt kommt er hier über die Seite mit Touré und in der Mitte ist alles frei und Diego Alves hält doch der Nachschuss den hält er auch hammergeil jetzt diese neutrale Kommentatorenstimme man sieht natürlich unten den hulk und hulk wurde abgefälscht oder alter hulk guck mal deine Sch obwohl der hat ja auch nicht so viele Weakfoot ich weiß gar nicht wie viele Weakfoot hat schön schön rüber schön mit der Hacke und das war jetzt aber das war jetzt aber abgefälscht so kommen wir zur schöne Ecke hier die wird besser denn Calvin macht die steil und David Luiz mit dem Versuch auf Seitverzieher jetzt kommt er hier mit Sergio Aguero in der Mitte steht Nani und was macht der denn da hätte der den auf der rechten Seite würde Bill natürlich das machen David Luiz der hat schon ein Tor bei mir geschossen in game Leute in game also der ist nach vorne gelaufen und hat ein Tor geschossen so wie Carlos Eduardo der auch mal gerne Tore schien oh der war aber hart und ganz knapp dran so weiter geht's Entschuldigung nach einer kleinen Reaktion jetzt kommt er hier mit Sergio Aguero und macht die natürlich rein rein so weiter geht's hier mit Hulk 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 push ey jemand hat Hulk umgehauen ok Hulk diese geile Nougat Schnitte macht das natürlich die kann er noch nicht einfach so mit wir warten das Klischee ne Na Tori hat nen guten Schuss aber nicht zu gut hrm Milner IF schön der David Luiz hey hallo hallo hi bist du da hallo hallo wie ich die Fahrstabliefer jetzt Lima IF sie sie Karlsruhe und er wird heidi er hat mich gar nicht mehr oder sie ist nicht und da wird man sich mal gerne erheben einmal die 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 mit der Zielerstörung FC FC Simovic macht natürlich keinen Andrang hier ein Tor zu schießen er kommt hier wenn nur mit Klischee und Nani und Van Persie und Aguerri nochmal Klischee und Diego Alvi Alter der hat mich gefoult da sieht Hulk Lima 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 sollte eine Schusstäuschung werden doch erklärt jetzt kommt nochmal Klischee sieht oben oh oh das wird knapp noch Felipe Melo klärt schöne Ronaldinho und der sieht hier Lima und der sieht Hulk und Hulk zartelt zu lange das ist sein einziger Nachteil er hat zu wenig um Schnelligkeit in Laufen oder wie man das sagen soll da puh pfff oh das war kein guter Schuss aber egal jetzt kommt er nochmal hier mit so komm er hat David Lu so will ich die Seine sieht er wenn Carlos Eduardo mit einem Skulpturen mit einem Schab nein das wäre die perfekte Ausgangssituation gewesen kann er hat man ihm jetzt gilt nicht das ist wie ich habe Messi und verkauf ich nicht oder da kann ich verkauf ich nicht scheiß Beispiel scheiß Beispiel vergesst es nein nein ich hab die geile Idee nur Gott Schnitte komm oben sehe ich den oh da war er mir fuiii jetzt kommt er hier mit von Persi oh ja den habe ich auch nicht gesehen hm aber das war ein scheiß Stellungsspiel von Diego Alves trotzdem sind wir natürlich besser als diese Nougat Schnitte deswegen stellt er sich ja auch noch so schwul hin vor den Fans er will zeigen dass er cool sein wird ist er aber nicht oder wird auch nicht schade Lima nächstes Mal klappt es so Halbzeit Halbzeit heißt Tor so Hulk 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 uh Hulk oh nein blablabla 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 komm dann suchen wir auch auch mal hier was raus guck mal die Halt da Mann Deckung da sei ja grottenschlecht und wo war noch geschlecht drin Kopfballpräzision ja da haben wir zwei schwacher Fuß deswegen hat den grottigen Zweiten aber dafür ist der andere umso besser oh das hat er jetzt vorher vorgesehen oh das hat er jetzt vorher vorgesehen als ob ich das nicht sehe das ich war nicht wechselt Oh zurück geht runter gegen Inla ich denke der hat Inla in Form sonst hat ein Opfer Toni Kroos für David Silver wo das war schlecht angenommen und David Wheeler für vor am Persi was macht er denn da für eine Scheiße wer ist denn das? Na Arnie der Gelbverwandte Inla der Neuer ich denke aber der wäre in Form ja komm Carlos das gibt's nicht das gibt's nicht wieso hab ich die nicht reingemacht Mann Boah die Rallwisi freck mich die Krise hm um wo ich dachte ich hätte gefurzt so richtig so und das gibt es nicht die EU danke Ronaldinho jetzt lauf Halk du machst es jetzt besser ja er macht es besser Halk du geile du Gutschnitte na 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 Samba na 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 kann es jetzt nichts schick dir alles kalt ich hätte jetzt mal Idee eine Idee ich glaube ich werde es Deutsch in Form aus testen auch wenn er dann nur ich weiß nicht wie viel Chemie Chemie haben wird ganz fett hier gemacht von Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo what the fuck Carlos Eduardo bei Lima Lima geile Sao nein wer hat sich da verletzt nein Leute jetzt kommt der perfekte Konter für den Gegner aber nein ich habe Ronaldinho ja jetzt geht es weiter mit Hulk und knappes Tor hätte ich jetzt ehrlich gedacht er wäre drin ja boah jetzt ist er nicht nur verletzt sondern er hat auch fett gefault schade Lima Lima hat nun 13.000 gekostet und dafür hat er so geile Wert 82 PS 85 schießen ne 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 ich habe viel Liebe Melo ne 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 ich habe viel Liebe Melo ne 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 aber ich kann gute Ecken obwohl Calvin kann gar nicht so gute ich habe nichts gesagt kommen nur länger ein bisschen ja der dies gut dies super ah ja wenn ich sage die schlechte an ist nicht gut und wenn ich sage dies gut an ist genau das geht Wissen ich bin du weißt ich finde haben konnte nur mit Angst die beiden bekommen nein 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 danke Diego danke um mal durch zwei hat er durchgespielt mit Carry Doch da ist Ronaldinho bei Kross. Und Dede. Rabona Fake Fett. Ah, das war der Job zu viel. Gut gezkullt. Was? Mieb? Hä? Verstehe ich jetzt nicht, warum der Erfolg bekommen hat. Hallo, ich habe doch gejobbt und der... Oh, scheiße. Mieb. Nein, da ist jetzt alles frei. Danke, die Geholfe ist aber, jetzt kann noch eine Chance da rauskommen. Nein, und jetzt kommt Carlos Eduardo und Hulk und Robinho. Und da steht's... die Liga T die wie zu 2 Uhr später nur zurück die wirklich erwartet und der Nummer mit Klischee und da nie um darfst du dir doch mal spannend den Mann nicht getroffen ich bin umschwürdig sag euch das wird sich nur rechnen scheiße auch abgetroffen nein jetzt kann man nur kommen hier ich hab richtig Schiss hier gerade ihr habt ihr weg mit dem Ball komm hoch zu Schülker aus Erdogan da sieht ihr Hulk und Hulk läuft doch Company klärt ich seh alle seine Spielzüge hervor doch irgendwie kommt er doch durch das ist die letzte Chance die letzte Chance alle nach hinten letzte Chance das ist die letzte Chance und Diego Alves ent und er schießt den Ball weg und das Spiel ist aus das Spiel ist aus FC Lopo gewinnt 4 zu 3 gegen FC Simovic und das war's von meiner Seite bei der Abonniere nicht vergessen Tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen Tag wenn es heißt FIFA FIFA ARD Text im Auftrag von Funk